Über 60 zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften und Kirche trafen sich am 20. Juni im Europäischen Komitee für Wirtschaft und Soziales in Brüssel. Ziel war die Gründung einer Europäischen Allianz für den Arbeitsfreien Sonntag. Im Rahmen einer Expertenkonferenz zu den Auswirkungen von Sonntagsarbeit wurde die Grundlagenerklärung gemeinsam für menschenwürdige Arbeitszeiten unterzeichnet. Sie beinhaltet den Schutz und die Förderung des Arbeitsfreien Sonntags sowie menschenwürdige Arbeitszeiten in Europa. Hier hat sich heute die Europäische Allianz für den Freien Sonntag gegründet. Ist das eine Chance, den Druck auf den Sonntag rauszunehmen und wie sieht der Sport das? Ich denke, dass die Gründung dieser Allianz eine sehr wichtige Initiative ist, die zu einer sehr richtigen Zeit auch kommt. Gerade jetzt in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise geht immer mehr der Trend hin zur Flexibilisierung der Arbeit und da geraten natürlich auch ehrenamtliche Tätigkeiten und Freiwillige immer stärker unter Druck. Und aus diesem Grund ist das eine Initiative, die sich aus Perspektive des organisierten Sportes sicherlich unterstützen lässt. Im DOSB gibt es jetzt auch natürlich die Überlegung, diese Initiative zu unterstützen. Und ich hoffe natürlich, bin auch zuversichtlich, dass wir dann im Endeffekt wie einzelne Landessportbünde in Deutschland diese Initiative unterstützen werden. Die Allianz fordert den gesundheitlichen Schutz der Arbeitnehmer zu sichern, das Recht auf freie Zeit mit der Familie und die Unterstützung von sozialem und zivilem Engagement. Ja, wir hoffen uns natürlich, dass wir den Sonntag noch in die Arbeitszeitrichtlinie implementieren können. Ich habe jetzt in Österreich eher die Erfahrung gemacht, dass alle Politiker, die man damit befasst oder darüber anspricht, sagen, oh, um Gottes Willen, da ist ja so viel Schlimmes noch drinnen und wir müssen das ja alles verhindern. Und wenn wir jetzt mit dem Sonntag auch noch anfangen, dann werden wir gar nicht fertig. Meine Zielsetzung ist natürlich, dass wir das implementieren können. Ich stelle fest, dass es einen Trend gibt, diese Work-Life-Balance wieder ausgewogener zu gestalten. Das heißt, dass dieser Trend Unterstützung braucht, aufgegriffen werden muss durch Organisationen, wie es die Europäische Sonntagsallianz ist. Dass hier auch Aussagen entgegengewirkt werden muss, wo es immer heißt, ja, in ganz Europa ist alles möglich, nur zum Beispiel Österreich ist so hinterwäldlerisch. Ich stelle fest, viele, viele Touristen kommen nach Österreich, weil sie auch den Sonntag dort genießen. Einkaufen können sie an sechs Tagen in der Woche und sie genießen auch ruhigere Städte am Sonntag. In Wien boomt der Tourismus. Die Hotellerie erzählt jedes Jahr wieder eine Steigerung. Aber warum kommen die Leute? Wegen kulturellem Gut, wegen Gemütlichkeit auch, um dieses Klischee zu bemühen, das aber auch wirklich ein Genuss sein kann. Das Bündnis, das sich in vielen EU-Staaten bereits organisiert hat, kämpft dafür, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten rechtliche und politische Maßnahmen zur Umsetzung dieser Forderung ergreifen. Dazu gehört eine Arbeitszeitrichtlinie, die das Recht auf begrenzte Arbeitszeiten, Wochenenden und Urlaub in Europa reguliert. Die zweite Aktion, an der ich beteiligt bin hier im Europäischen Parlament, als Vizepräsident im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales, wollen wir schauen, dass das Thema Sonntagsschutz ein Element wird der europäischen Arbeitszeitregulierung. Das ist nicht einfach. Wir haben eine Revision auf dem Tisch, ob wir das integrieren können und an welchen Stellen oder ob die Idee kommt zu sagen, nein, das muss von den Mitgliedstaaten behandelt werden. Das sind jetzt Verhandlungen, die wir gerade mitführen. Der Druck bei der Europäischen Kommission ist angekommen. Die wissen das sehr wohl. Wir lassen auch nicht nach. Und wir versuchen wirklich an Bord zu sein, so rasch wie möglich und dafür zu sorgen, dass eben die Europäische Kommission das ernst nimmt, was wir an großen Bedenken hatten. Das weiß sie auch. Und es gibt nicht nur Leute, die sagen können, wir wollen das gar nicht behandeln. Ich glaube, die Chance ist da, zu sagen, Europa mischt absolut mit. Ein Punkt wurde neu besonders hervorgehoben, und zwar die Kooperation und die Zusammenarbeit mit Sportverbänden. Und darüber hinaus gilt es auch noch einmal zu sehen, wie es uns gelingt, Kulturorganisationen mit einzubeziehen, weil die Frage des Freien Sonntags betrifft ja nicht nur Christen und betrifft nur Gewerkschaften und betrifft nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern in gleicher Art und Weise ja auch den gesamten gesellschaftlichen Bereich. Und von daher gesehen ist es wichtig, möglichst viele Organisationen mit einzubeziehen und mit in die gesamten Überlegungen auch zu beteiligen. Es war ein wichtiger Schritt jetzt auf die zukünftige Entwicklung hin und es hat sich gezeigt, dass es ein gemeinsames Interesse gibt und das ist gut so. Und ich gehe davon aus und ich hoffe auch, dass wir auf die Zukunft hin da einen guten Weg finden, um die Allianz für den Freien Sonntag auf europäischer Ebene auch auf gute und gesunde Beine zu stellen. Europa braucht den Freien Sonntag. Über 70 Organisationen aus der ganzen EU trafen sich im Brüsseler Europaparlament zur ersten europäischen Konferenz zum Schutz des Arbeitsfreien Sonntags. Auch die KAB Deutschlands war als Gründungsmitglied der Allianz für den Freien Sonntag geladen. In einem freien Meinungsaustausch wurde die Bedeutung des Sonntags für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft und für Europa gewürdigt. Eindeutige Studien belegen, der Schutz des Arbeitsfreien Sonntags ist von großer Bedeutung für die Gesundheit der Arbeitnehmer. Für mich als Arbeitswissenschaftler sind drei Punkte im Vordergrund, nämlich die Sicherheit, die Gesundheit und die soziale Anteilnahme oder soziales Leben. Und in allen drei Bereichen finden wir deutliche Beeinträchtigungen. Bei den Unfällen geht es um das 1,3 bis 1,5-fache Risiko, wenn sie sonntags arbeiten. Das ist nicht die Arbeit am Sonntag selber, sondern sonntags zu arbeiten erhüllt das Risiko. Eindeutig ist auch, der wöchentliche Ruhetag stärkt den sozialen Zusammenhalt. Dieser ist durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise ernsthaft gefährdet. Die Arbeitszeit der Menschen wird immer mehr den ökonomischen Sachzwängen untergeordnet. Die Öffnungszeiten haben keinesfalls dazu geführt, dass mehr Umsatz gemacht worden ist, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Und im Gegenteil, wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Druck auf die Beschäftigten größer geworden ist, weil Kosten entstehen. Es gibt häufiger prekäre Beschäftigung. Und das ist natürlich ein Effekt, den wir nicht wollen. Und deshalb wollen wir nicht nur deshalb den Freien Sonntag. Der Freien Sonntag ist gemeinsames europäisches Kulturerbe, ist gemeinsamer wöchentlicher Ruhetag für die Familie, ist Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und sich Tätigkeiten neben der Erwerbsarbeit zuzuwenden. Der Freien Sonntag ist ein Segen zum Beispiel für die Familie, dass die einmal in der Woche beisammen sind. Das ist ein Segen für all die kulturellen Werte, die man dann anstreben kann, gemeinsam gehen. Und auch gesellschaftspolitisch ist das von großer Bedeutung. Und sozial, das ist allen klar bei uns. Und darum ist das Bemühen eigentlich schon da, diesen Sonntag zu verteidigen. Vorkämpfer für den Schutz des Freien Sonntags sind die lokalen und nationalen Allianzen in der EU. Gerade sie sind es, die auf lokaler Ebene eine starke Mobilisierung erreichen. Denn verkaufsoffene Sonntage und Sonntagsarbeit betreffen immer die Menschen vor Ort. Ja, wir haben ja in Bayern 40 regionale Allianzen und die versuchen das tatsächlich teilweise. Zum Beispiel im fränkischen Bereich haben wir jetzt eine Initiative, dass man versucht, in einer bestimmten Region, dass alle kommunalen Sonntage gleichzeitig stattfinden. So hat man dann zwar einen Sonntag so richtig verhunzt, aber dafür verteilt es sich nicht so über das ganze Jahr, dass immer irgendwo ein Reichweite verkaufsoffener Sonntag ist. Und das wäre ein möglicher Ansatz vielleicht. Aber die beste Lösung ist trotzdem die, dass man einfach alle verkaufsoffenen Sonntage oder zumindest die meisten verhindert und dann hat man auch nicht diesen Wettlauf. Mit einem Bürgerbegehren, legitimiert durch eine Million Unterschriften, soll die EU-Kommission, die an einer neuen Arbeitszeitrichtlinie arbeitet, aufgefordert werden, den Schutz des freien Sonntags aufzunehmen und ein deutliches Zeichen für ein soziales Europa zu setzen. Der neue EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, Laszlo Andor, der auch an der Konferenz teilnahm, nahm da Zustellung. Die Konferenz heute hat uns noch einmal deutlich gezeigt, die Veränderung des Marktes und der Wirtschaft, besonders in der letzten Dekade, und die Bedürfnisse des Menschen nach Freizeit haben sich deutlich geändert. All dies müssen wir beachten, wenn wir uns mit der neuen Arbeitszeitrichtlinie beschäftigen werden. Der italienische Schlussredner Vittorio Prodi bezeichnete den Sonntag als Metapher, der für die spirituellen und immateriellen Elemente unseres Daseins steht. Er rief Europa auf, eine Diskussion über die Grundwerte unserer Gesellschaft zu starten. In einer Diktatur des Wachstums, die alle Ressourcen verbrauche, werde der Arbeitsfreie Sonntag zum Schlachtfeld. Wir wünschen uns natürlich eine starke Mobilisierung noch mal mit Blick auf die Arbeitszeitrichtlinie. Wenn wir den Worten gefolgt sind heute, dann dürfte das kein Problem sein, den Sonntag wirklich in die Arbeitszeitrichtlinie zu bekommen. Entscheidend ist nur, dass die Parlamentarier aller Fraktionen mobilisieren für diesen Sonntag und dass wir auch in Deutschland und in den anderen Ländern weitermachen in der Mobilisierung des Freien Sonntags. Wir brauchen Druck von der Straße, damit der Druck hier auch im Parlament deutlich spürbar wird.